Die besten Weihnachtsgrüße sendet Jürgen Handke. Eigentlich wollte ich wie in den Vorjahren Weihnachtsgrüße per Post versenden. Da aber viele von euch gar nicht in ihren Büros anzutreffen sind, war ich mir nicht sicher, ob die Grüße überhaupt rechtzeitig in Empfang genommen werden können. Also habe ich mich entschieden, euch auf diese Weise zu grüßen. Von zu Hause, aus meinem Büro, vor meinem Greenscreen. Und damit das Ganze besser aussieht, nehmen wir jetzt die grüne Farbe weg. Dann ist der Hintergrund zunächst einmal neutral. Und dann lade ich mir einen weihnachtlichen Hintergrund. So richtig gut gefällt mir der nicht. Versuchen wir es mit einem Motiv aus Marburg. Besser? Naja, ich denke, eine Weihnachtspostkarte sollte gut genug sein, oder? So, jetzt bin ich bereit für meine Botschaft. Eine Botschaft des Dankes an mein Team, an meine Mitarbeiter und an unsere studentischen Hilfskräfte für ihre tolle Arbeit. Unsere Roboterprojekte boomen auch in Corona-Zeiten. Der Virtual Linguistics Campus erstrahlt in neuem Glanz. Und unsere neuen Büroräume haben unsere Arbeit nicht nur nicht eingeschränkt, sondern wir konnten alles umsetzen, was wir geplant hatten. Mein spezieller Dank geht an die Uni Marburg, die uns diese tollen Räume überlassen hat. Mein Dank geht an das Team um Heribert Nacken, den UNESCO-Lehrstuhlinhaber und Rektoratsbeauftragten für Blended Learning der RWTH Aachen, der uns den Umzug des Virtual Linguistics Campus ermöglicht hat. Mein Dank geht an die zahlreichen Institutionen, insbesondere an den Deutschen Hochschulverband und an die Verantwortlichen für die Planung der Technischen Universität Nürnberg, die es mir ermöglicht haben, auch in diesem Jahr mit vielen Keynotes und ganztägigen Workshops die Digitalisierung der Lehre voranzutreiben. Und dabei meine ich nicht das Webkonferenz-basierte Emergency Remote Teaching, sondern eine moderne digitale Wissensvermittlung im 21. Jahrhundert. Ein spezieller Dank geht an den Tektum Verlag, mit dem wir dank toller Zusammenarbeit drei Bücher herausbringen konnten. Trotz Corona haben wir uns angestrengt, alle unsere Ziele zu verwirklichen und sind all unseren Unterstützern auch aus Politik und Wirtschaft dankbar für ihre Hilfe. Und so sende ich eine Botschaft, die Mut machen soll. Mut, dass es auch in schwierigen Zeiten vorangehen kann und dass man durch Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung seine Ziele verwirklichen kann. In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.